So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der League of Legends. Ich spiele heute Riven mit Battlebunny Riven Skin Toplane gegen einen U-Dier. Interessant. Das wird wirklich interessant. Ich muss mal kurz meinen Ton lauter stellen. Ach ja, und meine Tasten ändern. Nein, der Sound muss lauter. So. Ist das so leise? Warum ist das so leise? I knew I should have flunked for the Blade Warranty. I knew I should have flunked for the Blade Warranty. So, das sollte eigentlich rein von der Lautstärke. Hoffe ich. Wegen dem U-Dier wird interessant. Egal, erstmal nur fahren. Und ein bisschen Attacks draus bekommen. Na, verbraucht schön der Mana. Oh, leif. Dieser Level 2. U-Dier. Ach, dammit. Ich kann's auch nicht fahren. Ah, Mann. Gut. Gut, gut. Mein Nostad. Ja, Tags halt noch mehr. Jetzt hab ich sogar teilweise weniger Farben wie der Rudi, je nachdem wie gut er farbt. Ja, schon ziemlich gut. Wieso hab ich ein Platin-Spieler in meinem Team? Okay. Ich hab irgendwie nicht so viel reden. Naja. Ich fühl mich nicht so gut. Hab ein bisschen zu viel Pizza gegessen. Witzig. So ein Lacker. Na, ne. Gib mir das. Das. Ich hätt gern noch nen Pod. Oh Mann. Komm schon. Alter. Ich kann einfach nicht fahren. Das ist doch schlimm. Was ist schön. Okay. Dann sind wir jetzt schon mal. Ja. Das ist egal. Das ist egal. Die Corrupting Portion wird so weh. Und das Level 6 läuft. So Jack hat mir halt einfach ne Wave langen XP genommen. Danke für die XP. Die hab ich auch bekommen. Gut, dass ich noch nie gegen Uli gespielt hab. Als Riven macht gleich alles viel besser. Ja. 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 Fuck man. Ich hab grad E gedrückt. Mann. Ja ich krieg nicht meine Assist. Ja läuft bei dir Shaco. Jetzt hat der Typ mir am Anfang einfach ne Wave langen XP gesteilt. Das war so dumm von dem. Ich versteh nicht mal wieso. Oh man. Wow. 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 Läuft bei dem. Hast du mir richtig viel Schaden gemacht. Oh nein. Oh nein. Alter, das war total die Panik, Oldie. Wow. Okay, der wurde euch gechillt. Äh, puh. Ich soll jetzt ein Oldie-Hatschrein haben. Oh, komm schon. Ich mein, selbst wenn der... Selbst wenn der Platin ist, muss er nicht jeden Champion verweckt spielen können. Okay. Wenigstens ein paar Minions bekommen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, das war so schlecht. GG. Ah, Mann. Wieso macht du dir so viel Schaden? Oh, fuck. So long, I've wandered. Äh, mein Gott. Alter, ich kann mal den Reven Überhaupt nicht fahren So schrecklich We put Udi a troll What the fuck Okay I love League of Legends Choose your own path I love League of Legends Oh my god Are you recording? Are you recording? Your turret has been destroyed Ah, f**k, das ist zu tanky. Oh, mein Gott, das war das! Oh, mein Gott, das war das! Oh, mein Gott, das war das! Ich bin ein zweiter Ging, und ich bin ein zweiter Ging. Oh, mein Gott. Wow. Ich hasse das, wenn Leute immer so flämen. Okay. 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 See, easy. Okay. 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 Tja. Okay. Gut, dass er wieder gekytet werden kann, wenn man nicht melee ist. Okay. 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 I've come to talk with you again Wer wird aufgeben? Nah So Ach, unser Support will aufgeben Wie immer Ich meine, ich bin jetzt auf einmal Support-Rabbing, aber Yodoh Ich bin interessiert Wie immer Jetzt Okay Die Caterina ist auf jeden Fall gefeelert Ja Würde ich auch sagen Ich bin auf jeden Fall gefeelt Ach so Junge Das ist nartig Harry Okay Das war jetzt ein bisschen hart Das war jetzt sehr groß Alter. Das Spiel sollte einem Spaß machen, wenn man spielt und nicht einen aufregen, bloß weil einer schlechter ist. Das Spiel sollte einem Spaß machen, wenn man spielt. Das Spiel sollte einem Spaß machen, wenn man spielt. Alter. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 What context awaits you? What context? 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 What context?